Herzlich willkommen zum Recruiting Day Online. Ich darf heute neben mir als Experten Frau Claudia Holzgruber und Sebastian Vellinger begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns heute im Metz. Das ist ein Polizeibus, der bei Großeinsätzen als mobile Einsatzzentrale verwendet wird. Gleich zu Beginn darf ich noch erwähnen, dass jeder von uns mindestens eins der 3G erfüllt und wir natürlich auch auf die Corona-Maßnahmen achten. So, was erwartet euch heute? Ihr habt bei unserem Online Recruiting Day wieder die Möglichkeit, Fragen rund um das Thema Aufnahme bei der Polizei, Ausbildung, Weiterbildung zu stellen. Die könnt ihr einfach direkt bei uns im Live-Chat stellen und wir werden sie dann beantworten. Vor wir jetzt aber starten, darf ich euch noch an unseren YouTube-Kanal Polizei Österreich bewegt erinnern. Es tauchen dort immer wieder neue Videos auf und wir füllen den Kanal mit ganz, ganz vielen spannenden und interessanten Sachen. Unter anderem haben wir auch Videos zur Polizeiaufnahmeprüfung gemacht, vor allem zum sportlichen Teil. Also schaut einfach rein, da findet ihr immer wieder ganz, ganz spannende Sachen. Gut, ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich an mit den Fragen. Es sind schon im Vorhinein einige Fragen eingetrudelt bei uns und wir beantworten die einfach schon mal vorab. Gleich die erste Frage, die ganz, ganz häufig gestellt wird. Braucht man denn eine Matura, um sich bei der Polizei überhaupt zu bewerben? Das ist eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Es ist für eine Bewerbung bei der Polizei nicht erforderlich, die Matura abgeschlossen zu haben. Man kann die Polizeiaufnahme und auch die Polizeigrundausbildung ohne Matura problemlos absolvieren. Auch die weitere Ausbildung zum Dienst für den Beamten ist ohne Matura möglich. Es wird aber dann Ausschlag geben, die Matura absolviert zu haben, wenn man sich für die Polizeioffizierslaufbahn, die Laufbahn zum leitenden Beamten interessiert. Das ist der Karriereweg, den ich auch eingeschlagen habe. Da ist die Matura dann deswegen relevant, weil ein Teil von dieser Ausbildung und der überwiegende Großteil ein Studium ist an der Fachhochschule und dafür ist die Matura dann erforderlich. Man kann aber auch innerhalb der Polizei die Berufsreifeprüfung absolvieren und kann dann auch zum Studium zugelassen werden. Es sind schon einige Fragen eingetrudelt, deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt gleich da weiter. Wie schaut es denn aus mit den Verdienstmöglichkeiten? Was verdient man denn als Polizeischüler? Das Schöne bei der Polizei ist, dass man auch in der Ausbildung schon verdient. Ich denke, das ist etwas, was bei der Polizei eher etwas ist, was uns abhebt von anderen Berufen oder anderen Berufsgruppen und Ausbildungen. Man verdient bereits in der Polizei. Klarerweise ist der Staat mit dem Gehalt jetzt noch nicht die große Menge, aber es sind doch zwischen 1.200, 1.300 Euro, die man da verdient. Da wir unsere Gehaltssprünge alle zwei Jahre haben, ist die Tendenz vom Gehalt stetig steigend. Wir haben auch keine Gehaltsverhandlungen. Das ist auch etwas, was uns von der Privatwirtschaft abhebt. Wir brauchen uns nicht darum kümmern, wie unser Gehalt abläuft oder wie unser Gehalt steigt, sondern das macht der Dienstgeber oder das ist vorgegeben gesetzlich und gibt eine gewisse Sicherheit. Wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen und zwar, bevor man sich bei der Polizei bewirbt, muss man einige Dinge erfüllen. Jetzt haben wir die Frage gestellt bekommen, muss man denn die österreichische Staatsbürgerschaft haben, um sich bewerben zu können? Die österreichische Staatsbürgerschaft ist Voraussetzung für die Polizei. Das liegt einfach daran, dass man als Polizist die Aufgaben der Hoheitsverwaltung für die Republik vollziehen muss und deswegen ist die Staatsbürgerschaft eine der Kriterien, die auf jeden Fall erforderlich sind. Bleiben wir gleich dabei. Was ist denn im Vorhinein mit dem Führerschein? Wie schaut das aus? Auch der Führerschein ist eine der Grundvoraussetzungen. Hier gilt der Führerschein der Gruppe B, den man dann schon bei der Bewerbung mit hochladen muss. Also ist Voraussetzung. Bleiben wir gleich bei den ganzen Voraussetzungen. Schwimmen, das ist immer auch ein ganz spannendes Thema. Knüpfen wir gleich da noch an. Wie schaut es aus mit dem Schwimmen? Schwimmen ist momentan ein Thema, das glaube ich viele Leute sehr spannend finden, weil durch die Corona-Maßnahmen jetzt die Schwimmbäder geschlossen waren. Wie wir jetzt zum Glück bei den heißen Temperaturen sehen, haben die Schwimmbäder Gott sei Dank wieder offen und damit gilt auch unsere Regelung wieder, dass man für die Aufnahme in den Polizeidienst den Fahrtenschwimmer, das wäre die Klassifizierung, die erforderlich wäre oder höher benötigen würde. Dann haben wir eine Frage bekommen, muss ich bei der Bewerbung einen Lebenslauf oder ein Motivationsschreiben anfügen? Das ist irgendwie nicht ganz klar offensichtlich, wie das da ausschaut. Also die Voraussetzungen, welche Unterlagen erbracht werden müssen, die sind grundsätzlich im Zuge der Bewerbung ohnehin angeführt. Finden Sie sich auf www.polizeikarriere.gv.at. Claudia, hast du noch weitere Details dazu? In dem Fall Bewerbungsschreiben in dem Sinn jetzt nicht, es wird in der Jobbörse in einem Feld nachgefragt, was denn die Motivation wäre, dass man sich für den Polizeidienst interessiert und wenn man das dann ausfüllt, wäre dem Thema Bewerbungsschreiben genüge getan. Wenn man jetzt schon einmal die Testung gemacht hat und nicht genug Punkte hat, wie schaut es aus, wie geht es weiter? Die Frage nach den Punkten ist immer so ein haariges Thema, das Wort Punkte verwenden wir nicht, sondern es ist ein Punktekalkül, das sich aus ganz verschiedenen Teilen zusammensetzt. Mindestpunkte, auf das wollen wir uns auch nicht reduzieren, sondern die Punkteanzahl, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, richtet sich nach der Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber und dann je nachdem, wie gut oder wie schlecht die Bewerber waren, entscheidet sich, wer aufgenommen wird oder nicht. Jetzt sind wir auch noch im Aufnahmeprozess und zwar, wenn man jetzt Verwaltungsstrafen hat, also kann das problematisch sein bei der Bewerbung? Also grundsätzlich wird bei der Bewerbung geprüft, ob Eintragungen in irgendeiner Form vorliegen. Verwaltungsstrafen sind in der Regel kein Problem, das Leumannszeugnis muss aber natürlich einwandfrei sein. Jetzt haben wir Fragen, die wir gleich ein bisschen zusammenfassen können. Das eine ist die Frage, wann ist die nächste Ausschreibung jetzt für die Steiermark und da hängen wir aber gleich dazu, wie lange kann man sich denn überhaupt noch bewerben? Also im kommenden Jahr werden da noch Leute gesucht. Machen wir einen Überbegriff, wie schaut es aus mit Bewerben allgemein? Also mit Bewerben allgemein, darf ich sagen, schaut es momentan sehr gut aus. Die Landespolizeidirektion Wien, für die wir heute sprechen und für die wir drei jetzt hier sitzen, schreibt voraussichtlich, wir haben es jetzt noch nicht offiziell bekommen, voraussichtlich mit Juli wieder aus. Dazu darf ich bitten, für die aktuelle Ausschreibung wirklich die Jobberse des Bundes unter Beobachtung zu halten. Dort wird es aktuell online gestellt. Also wir rechnen damit oder hoffen darauf, dass mit Juli wieder ausgeschrieben wird. Ob dies jetzt auch für die LPD Steiermark gilt, traue ich mich an dieser Stelle nicht zu beantworten. Bitte auch dafür die Jobberse des Bundes beobachten und dort auf die Steiermark umstellen und dann bekommt man dazu die Information. Und auch auf der Homepage wird es immer wieder aktualisiert. Dann eine Frage, wie lange dauert denn das gesamte Aufnahmeverfahren? Wie lange muss man ungefähr rechnen, dass man denn zur Polizei kommen kann? Also das Aufnahmeverfahren gliedert sich grundsätzlich aus zwei Tagen, dem ersten und dem zweiten Tag und die finden in einem Zeitraum von circa zwei bis drei Monaten, also eigentlich zwei Monaten statt. Man wird dann jeweils für die Tage einberufen und wenn das positiv absolviert ist, kann man dann im Folgemonat dann nach diesem Aufnahmeverfahren schon beginnen. Die genauen, zeitlichen Übersichten sind auch im Internet ersichtlich, wie sich der Tag der Ausschreibung oder das Monat der Ausschreibung mit dem möglichen Beginn der Polizeikarriere dann verknüpfen lässt. Vielleicht können wir das noch ergänzen, Entschuldigung. Bitte. Wenn man sich jetzt wirklich für die Juli-Ausschreibung bewirbt und das ganze Aufnahmeverfahren, wie es der Sebastian gerade beschrieben hat, läuft positiv und erfolgreich ab, dann wäre der frühestmögliche Aufnahmetermin mit Dezember. Das ist einfach auch die Zeit, die unsere Aufnahme, unsere Personalabteilung dafür benötigt, um alles auszuwerten und wirklich alle Bewerber und Bewerberinnen die gleiche Chance und die gleichen Möglichkeiten haben. Dann jetzt eine ganz allgemeine Frage. Wird denn dieses Video überhaupt gespeichert oder ist das dann im Nachhinein irgendwo abrufbar? Dazu können wir sagen, wie schon vorher angesprochen, natürlich mit YouTube, dass man sich da Informationen immer holen kann und auch dieses Video werden wir natürlich im Nachhinein auf unserer Facebook-Seite noch gespeichert lassen und dann auch natürlich auf YouTube ergänzen. Dann eine Frage zum psychologischen Teil. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Die Vorbereitung in dem Fall ist, denke ich, schwierig. Hier bittet aber das Internet viele Möglichkeiten. Also wenn man eingibt zum Beispiel, man will sich vorbereiten auf psychologische Testungen, kommt man hier auf viele Unterstützungsmöglichkeiten und ich darf an dieser Stelle um Verständnisse suchen, dass wir natürlich nicht die vergehende Informationen zu unseren Aufnahmetests bekannt geben. Es sollen alle Bewerber und Bewerberinnen die gleiche Chance haben und das schaffen wir nur, indem sich alle gleich vorbereiten können. Eine ganz andere Frage, die uns vielleicht der Sebastian beantworten kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn man schon Jurist ist bei der Polizei? Gibt es da Möglichkeiten einzusteigen? Also grundsätzlich, wenn man die Polizeikarriere, die Polizistenkarriere einschlägt, kann man das auch als Jurist. Die Ausbildung und die weitere Verwendung ist aber grundsätzlich in den ersten Schritten die gleiche. Wir haben bei uns bei der Polizei aber auch Polizeijuristen als eigene Stellen, die dann juristisch tätig werden. Wie gesagt, der Jurist, der aber die Polizeikarriere einschlägt, macht die gleiche Ausbildung, die gleichen Aufgaben und die gleichen Inhalte mit, wie alle anderen Kollegen ohne Jurstudium auch. Ich würde sagen, dann kommen wir auch mit diesem schönen Schlusssatz zum Ende. Es darf sich natürlich jeder bewerben und wir freuen uns auch über zahlreiche Bewerbungen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bitte einfach weiterhin unter dem Livestream kommentieren und wir werden die Fragen dann noch beantworten. Bis zum nächsten Mal.